Linguistik in 60 Sekunden Nummer 20, die Satzklammer Eine strukturelle Besonderheit deutscher Sätze ist die Satzklammer. Sie entsteht dadurch, dass die Prädikatsbestandteile in Distanzstellung angeordnet sein können. Auf diese Weise wird der Satz in ein Vorfeld, ein Mittelfeld und ein Nachfeld gegliedert. Die Besetzung der beiden Klammerpositionen, das heißt der linken und der rechten Satzklammer, ist von der Komplexität des Prädikats und auch von der Satzform abhängig. Vergleiche unter anderem die Beispiele 1 bis 3 und 4 bis 5. Zu beachten ist, dass einige Verben, die sogenannten Partikelverben, auf die linke und rechte Satzklammer aufgeteilt werden können. Die Verbpartikel kann dann auch isoliert eine der beiden Satzklammern besetzen. Vergleiche 6. Die Position des finiten Prädikatsbestandteils unterscheidet sich je nach Satzform. Im Verb Zweitsatz steht das finite Verb in der linken Satzklammer, Vergleiche 7 bis 8. Im Verb Letztsatz befindet sich das finite Verb im rechten äußeren Rand der rechten Satzklammer. Die Position der linken Satzklammer kann von einer satzeinleitenden Subjunktion besetzt sein, Vergleiche 9.